hallo freunde ist kein youtube sport ein griff ja willkommen zum zweiten teil von meinem neuen computer und zwar bin jetzt eine grafikkarte gesteigerte bei ebay und wo wir jetzt auspacken wollen dann weiß man das nette paket so sieht das aus ja wohl gedacht kommt wahrscheinlich das nächste woche eines kamen wollte finde ich geil ja da würde ich mal sagen auf los geht's los an buch so man sieht es auch schon wird eingepackt hat also auch cooler gut ist das geil oder ist das geil ist das ein schickes ding ist immer denn hier jemand verirrt was so immer sind wir raus da habe ich noch ein paket ja ja aber da habe ich das unboxing schon zugemacht nur war kaputt und hat was neues gekriegt und ja wir sehen hier unten war sichtschutzfolie da kann man halt die nummer vergleichen originale karton geile murat 1070 founders edition 8 gigabyte ddr5 packen wir sie jetzt mal aus so damals verpackungs material also so wie sie jetzt hier licht war die auch hier drin dann machst du zu und ist also ganz schön kalt hoi 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 damit will ich bin nicht meine finger wärme da haben wir dann gute faul das edition jawohl das nicht ein geiles moped alter gtx 1070 schön verkromt da haben wir dann die anschlüsse stellst du mal scharf du dummes ding danke einmal hochkant bitte ich wäre geil wenn der schriftzug auch noch leuchten würde wenn sie an ist stromkabel haben wir dabei sie haben wir hier drinnen da haben wir die rückseite die wurde uns ja durch das eine fenster schon angezeigt vom gewicht her geht so groß ist sie jetzt so auch nicht dass es nicht reinpassen würde aber ich muss mal wieder die vorgesehene plastik box weil die kommt jetzt erst mal wieder zum wasser bord dafür hat jetzt noch ein paar teile für den neuen rechner gut ding wir weil haben deswegen dauert das noch ein bisschen bis dann mal dann der zusammenbau des rechners kommt ja aber macht vortritte somit stellst du mal wieder nicht scharf dieses handy muss man immer alles selber machen so das war es dafür das unboxing als andere erklärt sich ja wahrscheinlich von selbst was das betrifft google ist ein bester freund somit danke fürs zugesehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal